Die zieht man hinter uns, die laufen durch die Reihen, schmeißen die Kürbisse ab, die reif sind, legen sie aufs Band und in der Mitte legt sie in die Palox, damit sie nicht geschlagen werden, sondern vorsichtig in den Palox gelegt werden und so keine Beschädigungen haben. Danach kann man nachher auf dem Betrieb sehen, werden sie gewaschen, sortiert und gehen dann in den Verkauf. Erstens ist die Herausforderung, dass die Leute erkennen, ob der Kürbis reif ist oder nicht, wo wir dieses Jahr keine großen Probleme haben, weil von der Vegetation her und alles sind die Kürbisse eigentlich ist ja super gewachsen und sind auch jetzt zum größten Teil schon reif, dass wir also keine großen Probleme haben, dass man Reife suchen muss, sondern eigentlich zügig ernten können. Man kann es an der Farbe, ist immer spezifisch, wie weit die Umfärbung ist, wie weit nicht. Bei der Mikrowelle kann man es ziemlich schwierig so jetzt im Vorhinein sagen, aber bei einer Butternuss oder etwas sieht man es halt, wenn sie ganz weiß ist und keine grünen Streifen mehr hat. Wir sind jetzt seit ca. zwei Wochen dran, aber zuerst war ja die Herausforderung, die Deko-Kürbisse für die Ausstellung zu machen und alles das haben wir also vor zwei Wochen zuerst gemacht und haben dann die Woche später angefangen mit den normalen Speisekürbissen oder auch noch Deko-Kürbissen, die halt jetzt im Laden liegen. Am Feld beginnt sie jetzt. Unangenehm wird es, wenn der Herbst wirklich kommt und es morgen nass und neblig ist, anstatt jetzt bei fast Sonnenschein und der Bestand ist nass, dann wird es halt schwierig für die Leute. Aber umgedreht ist diese Woche eine herausfordernde Woche, weil nächstes Wochenende wird der Coop erst beliefert. Das heißt unser berühmtes Palox zum Wochenende, wo also für den Coop die gesamte Vorbereitung jetzt laufen muss. Tonnenweise schneiden, waschen, vorbereiten, dass sie am Wochenende halt zum Coop liefert werden können.